Super Organisation, gute Location, super Leute kennengelernt, mit denen man auch in Kontakt bleiben wird. In dem Workshop wurde ein G20-Treffen nachgestellt von Teilnehmern und wir durften uns dann in die Situation eines Landes einarbeiten. Gerade die Bundesbank als Institution ist vielen gar nicht so bewusst, was die eigentlich macht. Keiner hat eine Scheu, irgendwie mit dem anderen zu reden. Über Ideen, über wirklich unsere Zukunft. Es ist klar, es läuft nicht alles super in Europa und dass sich Leute dafür engagieren, was zu ändern, ist die Grundvoraussetzung. Irgendwie bin ich sehr positiv überrascht von den Leuten und auch von dem, was passiert ist. Es ist nicht alles so steif.